Und überleg mal, was du jetzt schon geleistet hast. Überleg mal, wie weit du jetzt schon bist. Vielleicht hast auch du dich getrennt, weil dir dieses Theater in der toxischen Beziehung einfach irgendwann zu viel wurde und du dich retten musstest. Du dich wirklich irgendwann mit letzter Kraft, mit dem allerletzten sinnvollen Gedanken, der dir noch irgendwie in den Sinn kam, du dich da rausgerettet hast. Dann sei verdammt nochmal stolz, dass du es geschafft hast. Sei dir deiner Stärke bewusst. Hallo zusammen, hier ist wieder Steve von Selbstliebe Mindset. Und ich möchte heute mal auf ein Thema eingehen, das vielleicht vielen von euch in der Form gar nicht so wirklich präsent ist. Und zwar, wie stark du eigentlich bist. Wenn du mir gerade zuhörst, dann hat es garantiert den Grund, dass du eine sehr traumatisierende oder schreckliche Beziehungserfahrung hinter dir hast. Du etwas Schlimmes mitgemacht hast. Und häufig sind wir uns einfach gar nicht darüber bewusst, wie stark wir eigentlich sind. Was wir alles wirklich mitgemacht haben. Deswegen möchte ich da heute jetzt einfach mal drauf eingehen. Denn ich erlebe es häufig, dass Menschen, die bei mir ins Coaching kommen oder die bei mir in der Begleitung sind etc., dass die wirklich absolute Horrorgeschichten mitgemacht haben, aber irgendwie dennoch stark an sich zweifeln, sich selber fertig machen dafür, dass sie jetzt noch nicht ganz so weit sind, dass sie noch nicht alles überwunden haben und dass doch andere bestimmt schon viel weiter sind etc. Sie vergessen dabei aber vollständig, was sie eigentlich mitgemacht haben. Dass das, was sie mitgemacht haben, nicht einfach irgendwie ein Klacks war. Nein, das war teilweise eine jahrelange Tortur. Und deswegen sage ich das ganz bewusst. Mach dir bewusst, wie stark du eigentlich bist. Überleg dir mal, was du alles mitgemacht hast. Jetzt überleg doch einfach mal die ganzen Situationen, die du mitgemacht hast. Mit deiner Partnerin, mit deinem Partner. Wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. In toxischen Beziehungen eigentlich eher nicht. Da sind es ja eher Gegenspieler. Aber sei es drum. Worum es mir geht ist, einfach, dass du dir mal bewusst machst, dass du nicht schwach bist, dass du nicht zu faul bist, dass du nicht ein Weichei bist. Nein, mach dir wirklich mal bewusst, dass es enorme Kraft kostet, sowas zu überstehen. So eine Beziehung zu überstehen. Sagen wir mal, du hattest eine Beziehung mit einer narzisstischen Person. Wäre ja jetzt nicht so selten auf meinem Kanal. Dann hast du Monate oder gar Jahre damit verbracht, immer wieder gegen deine eigenen Bedürfnisse zu handeln. Du hast dich potenziell abgerackert. Du hast dich aufgeopfert. Du hast potenziell Teile deines Lebens aufgeopfert. Seien es Hobbys, Freunde, Familie oder gar der Job oder finanzielle Verstrickungen etc. Womöglich hast du sogar ein Kind mit der Person. Du hast also alles gegeben. Es ist kein Wunder, dass wenn du jetzt aus dieser Beziehung raus bist, dass du ausgebrannt bist, dass du am Ende bist, dass du fertig mit der Welt bist, dass du sprichwörtlich richtig am Arsch bist. Mach dich dafür aber nicht fertig. Im Gegenteil, sei doch mal stolz auf dich, wie stark du eigentlich bist. Mach dir doch mal bewusst, welche Situationen du hier überstanden hast. Du hast Situationen, wo viele auf ganz schreckliche Gedanken kommen. Und ja, diese Fälle habe ich auch. Nicht selten. Ich kann es Gott sei Dank an einer Hand abzählen, wie viele Suizidversuchsfälle ich bisher hatte. Also nicht ich, sondern auf meinem Kanal in den Fällen. Aber dennoch, mach dir einfach bewusst, dass diese Situationen, die du da erlebt hast, die du da durchlebt hast, dass das nicht einfach irgendwie mit ein, zwei Wochen reflektieren getan ist. Was du erlebt hast, das hat bei dir potenziell heftige Spuren hinterlassen und du kannst scheiß stolz auf dich sein, wenn du es morgens schaffst aufzustehen, dir die Zähne zu putzen und zur Arbeit zu gehen. Beneide nicht die anderen, die potenziell irgendwie immer ein glückliches Leben haben, denen alles leicht von der Hand geht. Du weißt nicht, wie denen ihr Leben anders aussieht. Du weißt nicht, was denen ihr im Leben sonst noch vonstatten geht. Aber sei stolz auf dich selbst. Ich erlebe es häufig, dass Menschen wirklich nach solchen toxischen Beziehungen wirklich ein Schatten ihrer selbst sind. Das ist nicht selten und dafür brauchst du dich auch absolut nicht schämen. Ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Ja, wir müssen immer gut gelaunt sein. Wir müssen immer stark sein. Wir müssen immer das perfekte Bild abgeben nach außen hin. Das ist anstrengend. Das ist verdammt anstrengend. Und wenn du es schaffst, wirklich, trotz dass du die letzten Monate, die letzten Jahre emotional missbraucht worden bist, niedergemacht wurdest, betrogen wurdest, abgewertet wurdest, deine Errungenschaften im Leben als glückliche Zufälle dargestellt wurden. Du das Gefühl bekommen hast, nichts wert zu sein. Du auch das Gefühl bekommen hast, nicht liebenswert zu sein. Das Gefühl für Liebe kämpfen zu müssen. Potenziell deine eigenen Bedürfnisse die ganze Zeit verteidigen zu müssen, weil sie ja nicht einfach wahrgenommen wurden, wie in einer normalen Beziehung das eigentlich sein sollte. Nein, du warst in einem ständigen Kampf und es wurde zu einem Kampf gegen dich selbst irgendwann. Und deswegen sage ich das so bewusst, das ist nicht einfach irgendwie ein Klacks, den du da mitgemacht hast. Deswegen klopf dir bitte mal einfach selber auf die Schulter, atme tief durch und mach dir bitte mal für einen Moment bewusst, wie stark du eigentlich bist, wie resistent du bist, was du da alles durchgemacht hast. Beispielsweise, wenn du die Module in meinem Kurs durcharbeitest, Aufarbeitung toxischer Beziehungen und da wirklich deine vergangene Beziehung nochmal richtig reflektierst, zerpflückst, auseinander nimmst, einzelne Situationen nochmal durchgehst, um diese wirklich zu verstehen, dann wirst du bestimmt einige Situationen haben, die du dir zwar irgendwie dann aufschreibst, wo du dir denkst, okay, boah, ja, das war schon irgendwie krass. Also, ja, wow, da ist sie fremdgegangen oder da hat er mich geschlagen oder was weiß ich was. Situationen, die definitiv nicht in eine normale Beziehung gehören und definitiv nicht einen gesunden Menschen ausmachen als Beziehungspartner. Und wenn du solche Situationen dir nochmal vergegenwärtigst, durcharbeitest in der Aufarbeitung deiner toxischen Beziehung, dann wirst du mit Sicherheit schon großen Abstand haben und du wirst dir denken, boah, ja, schon irgendwie krass, was ich da alles mitgemacht habe, aber du fühlst es nicht so richtig. Ich habe das ja mal in einem Video Aufwachen aus der Traumwelt gesagt, dieses Gefühl, als hätte man es selber nicht wirklich erlebt, weil mit ein wenig Abstand, mit genügend Abstand, fühlt sich das alles nicht mehr so an, wie wenn man da selber wirklich mit dabei war. Man weiß, ja, okay, ich habe hier echt eine saukomische und sauanstrengende Beziehung hinter mir und ja, die hat mich wirklich verändert, aber es ist nicht mehr so wirklich greifbar. Du liest es dir vielleicht auch durch, was du da aufschreibst, du hast vielleicht auch noch Briefe oder Textnachrichten oder Chats aufbewahrt, gehst es durch und du liest es und denkst dir so, boah, krass, das war schon echt heftig, also Wahnsinn. Aber du fühlst es einfach nicht mehr, weil du nicht mehr in diesen Situationen drin bist. Aber erinnere dich mal zurück, wie du dich in diesen Situationen gefühlt hast, wie du dich im Bett gewälzt hast, weil du nicht einschlafen konntest, weil wieder irgendeine Situation seltsam war, weil wieder irgendeine Konversation dich völlig verwirrt hat, weil du wieder am Grübeln warst, weil du mit Gaslighting einfach in den Wahnsinn getrieben wurdest. Jetzt liest du dir das durch und denkst dir vielleicht mit genügend Abstand so, ja, war schon heftig, aber ja, mein Gott, ich bin jetzt auch nicht dran gestorben. Ja, richtig, bist du nicht, du bist nicht dran gestorben. Und deswegen sage ich, sei verdammt nochmal stolz auf dich. Mach dich nicht fertig dafür, dass du vielleicht noch nicht bereit bist, eine neue Beziehung einzugehen. Mach dich nicht fertig dafür, dass du vielleicht immer mal wieder doch an die Person zurückdenkst. Mach dich auch nicht fertig dafür, dass du Monate hast, in denen du stark bist, wo du denkst, hey, geil, ich führe jetzt so ein tolles Leben, ich bin so stolz auf mich. Und dann kommt wieder ein Moment, es kommt ein Lied im Radio, du hast eine Situation, du besuchst einen Ort, der dich da zurückerinnert, irgendeine Situation, gerade beispielsweise die jetzt aufkommende Weihnachtszeit, irgendwas erinnert dich, irgendwas triggert dich und bam, wirft es dich ein, zwei Tage oder vielleicht sogar eine ganze Woche wieder komplett zurück. Dann mach dich dafür bitte nicht fertig. Nimm es hin und lobe dich für die Stärke, die du bewiesen hast. Jetzt mach es dir einfach nochmal bewusst. Sagen wir, du hattest zwei, drei Jahre eine toxische Beziehung. Sagen wir, du hattest zehn Jahre eine toxische Beziehung. Überleg mal, was du einstecken musstest. Überleg mal, wie es dir direkt nach der Trennung ging, direkt nach dem Discard-Potenzial. Überleg mal, wie du dich gefühlt hast und überleg mal, was du jetzt schon geleistet hast. Überleg mal, wie weit du jetzt schon bist. Vielleicht hast auch du dich getrennt, weil dir dieses Theater in der toxischen Beziehung einfach irgendwann zu viel wurde und du dich retten musstest. Du dich wirklich irgendwann mit letzter Kraft, mit dem allerletzten sinnvollen Gedanken, der dir noch irgendwie in den Sinn kam, du dich da rausgerettet hast. Dann sei verdammt nochmal stolz, dass du es geschafft hast und nicht zwei Wochen später wieder plötzlich zurückgerannt bist, weil deine Droge, also deine toxische Person, nicht mehr in greifbarer Nähe war. Sei stolz, wenn du es geschafft hast, in No Contact zu bleiben. Sei stolz, wenn du es geschafft hast, trotzdem zu essen, zu schlafen, zu duschen, Körperpflege zu betreiben, einkaufen zu gehen, den scheiß Müll runterzubringen, deinen Garten nicht zu vernachlässigen. Sei wirklich einfach stolz darauf. Und ich sage das deswegen so ausdrücklich, weil ich es einfach häufig erlebe, dass meine Klienten wirklich sich dafür fertig machen. Also jetzt ist die toxische Person weg, die sie fertig macht. Jetzt machen sie es selber. Jetzt machen sie sich selber fertig und machen sich runter, weil sie mal einen Tag einfach fertig waren und geschlafen haben. Weil sie Samstagabends mal nicht den Antrieb hatten zum Weggehen. Deinen Kumpels haben gesagt, hey, lass uns mal wieder feiern gehen. Du hast gesagt, nee, du, mir ist heute nicht danach. Ja, und dann liegst du Samstagabends da und bist vielleicht einfach fertig mit der Welt. Bist vielleicht einfach erschöpft. Deine Seele ist erschöpft. Dein Geist ist erschöpft. Dein Körper wäre vielleicht fit genug, aber dein System ist einfach überlastet. Es ist ausgelaugt. Und mach dich dafür nicht fertig. Mach dir bewusst, was du durchlebt hast. Denk einfach nochmal zurück an die Situation, wo du erfahren hast, dass sie dich betrügt. An die Situation, wo sie dir dafür die Schuld gegeben hat. An die Situation, wo er dich geghostet hat. Denk bitte mal an die ganzen Situationen und wie du dich da gefühlt hast. Und wie dreckig es dir ging. Und wie sehr du dir gewünscht hast, dass dieses Gefühl, dass dieser Schmerz, dass das einfach aufhört. Und diese Person doch endlich realisieren soll, was sie an dir hat, was er an dir hat. Und jetzt überleg mal, wo du heute bist. Du hast dich vielleicht die letzten Monate aufgrund dieses Schmerzes informiert über das Thema toxische Beziehung, über das Thema Narzissmus. Bist auf einigen YouTube-Kanälen gelandet. Hast dir Bücher durchgelesen. Hast vielleicht sogar ein Coaching gebucht. Oder du hast einen Online-Kurs gemacht. Whatever. Das alles, das sage ich jetzt nicht als Werbung, aber das alles, das spricht dafür, dass du dich aus diesem Abgrund rausziehst. Dass du wie in einem Brunnen, wo ein Seil reinhängt, du versuchst dich da rauszuziehen. Und diese YouTube-Videos, diese Coaches, egal ob du das gratis konsumierst oder irgendwie in einer Selbsthilfegruppe bist, ist vollkommen egal. Darum geht es mir nicht. Aber dieser Wille, dieser Wille an dir zu arbeiten, das aufzuarbeiten, dieser Wille da rauszukommen, sei stolz darauf. Und wenn du mal einen Tag hast, wo du es nicht schaffst, wo du von dem Thema Narzissmus und toxische Beziehung einfach nichts mehr hören kannst, weil es dir zum Hals raushängt, weil du seit vier, fünf Monaten ununterbrochen Tag und Nacht dir Informationen und Videos darüber reinziehst. Und wenn du dann einen Tag hast, wo du sagst, ist doch alles scheiße, das, ja, das, was die da sagen, das stimmt schon alles, aber das hilft mir jetzt einfach gerade nichts, mir geht es einfach scheiße. Dann ist das okay. Dann mach am nächsten Tag weiter. Dann nimm ein bisschen Abstand. Nimm dich ein bisschen zurück. Und geh zwei, drei Tage später nochmal an das Thema ran. Mach es in deinem Tempo. Das ist ganz wichtig. Ich hetze dich nicht. Wenn die Familie sagt, wenn irgendwelche Freunde sagen, von wegen, hey, ist jetzt ein halbes Jahr her, jetzt stell dich doch mal nicht so an, jetzt komm doch endlich mit, wir wollten doch hier diesen Ausflug machen. Da reden wir seit Monaten drüber und du bist schon wieder krank. Nur weil du immer noch diesem Idioten oder dieser, naja, das Wort kann ich jetzt nicht sagen, hinterher trauerst. Nee, so einfach ist das nicht. Natürlich emotionaler Missbrauch und das Überleben einer toxischen Beziehung, das ist kein, das ist kein Witz. Das kapieren viele Leute nicht. Das kapieren viele Leute einfach nicht, die halt auch mal eine beschissene Beziehung hatten. Ja, das gibt's. Eine beschissene Beziehung ist, ja klar, wie ist Wetter. Es regnet halt auch. Die Sonne scheint nicht immer. Es regnet halt auch mal. Eine toxische Beziehung ist für dein Leben aber nicht wie ein Wolkenbruch, wo es mal regnet, wo es vielleicht auch mal ein bisschen hagelt. Eine toxische Beziehung ist für dich und dein Mindset und dein Geist und deine Seele und alles zusammen, wie wenn auf dich Hagel, Blitz, Donner, ein Hurricane, ein Tsunami und Flutwellen und was weiß ich, was auf einmal einprasseln oder potenziell über Jahre hinweg. Da wird ja auch keiner sagen, ja hast du dein Haus immer noch nicht wieder aufgebaut. Wenn einfach mal, ja denkt man mal an die Leute im Ahrtal, da ist auch nicht nach zwei Monaten jemand hingegangen und hat gesagt, ja mal dein Haus sieht aber scheiße aus. Ich hätte das schon längst wieder aufgebaut. Ja, das kann jemand sagen, der in einer Neubausiedlung wohnt, der Geld hat wie Sau und das einfach machen lassen kann. Jemand, der alles verloren hat, der baut sein Haus nicht in zwei Monaten wieder auf. Und genau so geht es dir nach einer toxischen Beziehung. Mach dir das bewusst und mach dir da einfach wirklich nochmal bewusst, wie stark du eigentlich bist, dass du das alles überlebt hast. Man spricht nicht umsonst in dieser, man kann es eigentlich nicht Szene nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Man spricht nicht umsonst von Überlebender. Mag man jetzt betrachten, wie man will, ich finde es teilweise ein bisschen heftig, aber es ist eigentlich genau das. Man hat etwas überlebt, was andere ins Grab bringt. Es gibt nicht umsonst das Broken Heart Syndrom. Es gibt nicht umsonst so viele Geschichten, wo sich Leute wirklich selbst das Leben genommen haben nach solchen Beziehungen. Und glücklicherweise muss ich sagen, die Personen, die bei mir von solchen Fällen berichtet haben, die haben es glücklicherweise nicht geschafft, weil es sind in der Regel, in der Regel sind es, egal ob Mann oder Frau, klar, ich habe fast, sagen wir mal 80% Männer, die bei mir ins Coaching kommen oder generell mit mir in Kontakt treten. Aber egal ob Mann oder Frau, ich habe es eigentlich durch die Bank mit sehr lieben und aufrichtigen und ehrlichen Menschen zu tun. Wenn ich zum Beispiel mit jemand in der Begleitung bin, dann habe ich ja über mehrere Wochen mit der Person Kontakt, über Textnachrichten, Sprachnachrichten etc. Man lernt die Person so gesehen dann ja schon auch ein bisschen kennen. Und ich würde mal sagen, nach inzwischen eigentlich knapp 100 Fällen, habe ich auch so ein Gespür dafür, wer hier versucht, mir was vorzumachen und wer wirklich so ist. Und wenn es einem scheiße geht, wenn es einem schlecht geht, dann macht man einem nichts vor. Und insbesondere mir braucht sowieso niemand was vormachen. Ich bin wie ein Berater an deiner Seite. Ich urteile nicht über dich. Natürlich trete ich dir mal liebevoll in den Arsch, wenn es sein muss, wenn du dumme Scheiße vorhast. Aber ich bin ja niemand, dem du Rechenschaft schuldig bist. Und demnach sind die Leute zu mir auch ehrlich. Demnach heulen die Leute sich bei mir auch mal aus. Weil bei mir ist es egal. Es ist egal, ob du 5 Euro im Monat übrig hast oder 5000 oder 50.000. Bei mir sind alle gleich. Weil ich kenne euch nur über das Telefon. Ich kenne euch nur über den Chat. Ich kenne euch nur über die Sprachnachrichten. Ich kenne nur eure Stimme. Ich weiß nicht, wie ihr ausseht. Es ist mir auch vollkommen egal. Demnach bilde ich mir da kein Urteil. Mir geht es um die Persönlichkeit, die ich kennenlerne. Und die Persönlichkeit, die ich kennenlerne, ist in der Regel... Es sind in der Regel Menschen, wo man sagen kann, die haben einfach ein gutes Herz. Das sind einfach nette Menschen. Das sind ehrliche Menschen. Das sind aufrichtige Menschen. Und ich rede hier jetzt nicht von den Nice Guys. Ich rede hier jetzt nicht von schmierigen Typen, die versuchen, nett zu sein. Nein, ich rede davon von Menschen, die wirklich aufrichtig und ehrlich sind. Und ich habe hier auf meinem Kanal, das möchte ich auch ganz bewusst dazu erwähnen, auch diese typischen Alphas. Männer, wo man denkt, hey, die haut nichts so leicht um. Die sind bei mir im Coaching ganz erst einmal ehrlich. Und sagen sowas wie, hey Steve, ich habe das noch nie jemand gesagt, aber ich bin komplett am Ende und fange an zu heulen. Das sind Männer, die mir erzählen, dass sie fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Das sind Männer, die haben eine Stimme, die tausendmal tiefer und männlicher ist wie meine. Die haben wirklich ein eigenes Business oder sind Führungsposition und was weiß ich was. Es sind einfach Leute, wo man sagt, hey, das sollte die doch nicht umhauen. Mein Gott, die finden doch sofort jemand Neues. Nein, es ist eben nicht so einfach. Und diese Leute kommen zu mir ins Coaching und sind das erste Mal wirklich ehrlich, weil sie selbst bei ihren Freunden nicht ehrlich sein können, weil sie Angst haben, dort belächelt zu werden, runtergemacht zu werden und erneut sich nach Scham stellen zu müssen. Ja, das ist insbesondere für uns Männer ein großes Problem. Wir müssen ja immer stark sein angeblich. Und es ist aber nicht so. Und wenn du es schaffst, deswegen sage ich das doch so bewusst, wenn du es schaffst, dich zu duschen, zu essen, dich zu pflegen, dich zu rasieren, deine Bude zu putzen und morgens pünktlich bei der Arbeit zu sein und dich nicht ständig krankschreiben zu lassen, dann sei wirklich verdammt stolz auf dich. Denn das, was du mitgemacht hast, das ist nicht einfach nur irgendwie eine Lappalie. Denk zurück, wie es dir ging und denk zurück, wie weit du jetzt schon bist. Selbst wenn es nur ist, dass du jetzt wieder angefangen hast, regelmäßig zu essen. Vielleicht warst du ein halbes Jahr nicht mehr im Fitnessstudio, weil du einfach keine Kraft hattest. Ja, da würde ich persönlich jetzt sagen, ja, dann geh erst recht ins Fitnessstudio, aber mach dich dann nicht fertig dafür. Dann fang halt langsam wieder an. Dann geh halt jetzt einmal die Woche. Dann gehst du wieder zweimal die Woche. Steiger dich langsam wieder. Greif dein altes, naja, nicht unbedingt dein altes, aber greif dein neues Leben. Nimm dein neues Leben in die Hand und feiere jeden kleinen Erfolg, den du jetzt schaffst. So, meine Lieben, mit diesen doch etwas ungewöhnlich emotionalen und nachdrücklichen Worten hoffe ich, dass ich dir ein wenig Kraft geben konnte, ein wenig Motivation geben konnte, es weiter anzugehen, es weiter durchzustehen, nicht rückfällig zu werden, morgen früh aufzustehen, in den Spiegel zu gucken, dir auf die Schulter zu klopfen, dich selbst anzulächeln und zu sagen, hey Alter, ich bin einfach stolz auf dich. Sag dir das mal selber. Wenn du eine Frau bist, dann vielleicht nicht unbedingt, hey Alter, ihr wisst, wie ich meine. Und demnach ergänze ich meinen typischen Satz jetzt für dieses Video mal, um die Worte, habt immer positive Gedanken und sei verdammt nochmal stolz auf das, was du geleistet hast und sei stolz, was du alles durchlebt und überlebt hast und dass es dich nicht komplett umgehauen hat, weil du wieder aufstehst, wie der Phönix aus der Asche, wie man so schön sagt. Bis zum nächsten Video, euer Steve. Bis zum nächsten Mal.